aber ihr habt das super talent 100 prozent mitbekommen und ich sag euch wenn deutschland so weit ist dass ein hundeteter ein hundeteter wunderbar 100.000 euro kassiert dann sag ich bei der nächsten show bin ich 100 prozent nicht deutschland ja Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.